Eie, Sweeties. Fritz Friedolin macht jetzt hier einen fetten Slide an dem Ding. Guckt mal. Bist du behindert? Mach das jetzt! Friedrich slidet jetzt dieses Ding da. Dies ist da. Das ist sein 12.100. Versuch. Der macht das jetzt. Alter, du sollst die Scheiße schneiden, Junge! Ist das denn nur so schwer? Flachetan, truf hübben und schneiden! Feuerwerk! Was geht's? Du wirst hier anfangen und schon sagen, ich kann ihn nicht! Junge, einmal versuchen! Es ist kostenlos! Hallo! Jetzt nimmt er das Auto wieder als Ausrede, dass er es für mich noch nicht macht! Scheiß auf das Auto! Jetzt do it! Wenn du sagst, do it, gibt's kein Zurück mehr! Do it! Ja, Süß, komm, ich fahre, es geht wieder nicht! Jetzt mach das. Einfach mal machen, ist ja kein Ding so. Anfahren, bub-bub, nicht anlaufen! Anfahren! Ja, sehr gut. Du hast die Theorie verstanden. Jetzt bitte die Praxis. Seit einer halben Stunde dokumentiere ich hier sein Scheitern. Nein! Du wolltest deinen Wortsleid machen. Versprich mir, dass du's jetzt machst. Ja, ich muss das. Okay. Nein, ich hab's... Alter! Versprochen ist versprochen! Und wird noch nicht gebrochen! Das ist eine heilige Regel, Junge! Spinnst du? Du machst das jetzt! Wirklich, es leidet jetzt das Ding. Ich kann's nicht, Alter, ich kann's nicht! Alter, willst du mich verarschen?! Seit einer halben Stunde hocke ich hier neben dem Fleischmock! Es ist zum Kotzen! Jetzt mach dich scheiße! Ja! Fast! Junge! Gleich ist mein Speicher so voll wie deine Hose, du Schisser! Mach die Kacke jetzt! Hoch mit dir! Und dann runter mit dir! In der Reihenfolge! Feuerwerk! Ich geh mich ja hängen.